Neue Liebe mit Ü50, Birgit Schrowange vor erstem Mal nervös Auch eine erfolgreiche Frau wie Birgit Schrowange, 60, klagen hin und wieder Selbstzweifel. 2006 trennte sie sich von ihrem damaligen Partner Markus Lanz, 49. 40. Nach elf Jahren als Single lernte sie vor etwa einem Jahr den Unternehmer und Ingenieur kennen und lieben. Zu dem Zeitpunkt war die Moderatorin 59 Jahre alt. Trotz ihres Alters ist Sexualität aber keineswegs ein Tabuthema für sie. Birgit gibt aber auch zu, vor dem zweiten ersten Mal hatte sie ein klein wenig Angst. Im Bildinterview räumt sie ein, mit fast 60 machte sie sich anfangs natürlich auch Gedanken darüber, wie es im Bett laufen würde. Gleichzeitig fordert das bekannte TV-Gesicht anderer Frauen dazu auf, in der Hinsicht lockerer zu werden. Liebe und Sex seien schließlich keine Frage des Alters. Ich habe mich ja auch nochmal sehr verliebt nach langen Jahren des Single-Daseins, betont Birgit. Die Mutter eines 18-jährigen Sohnes ist auch überzeugt davon, mit voranschreitendem Alter gewinnt eine Frau an Attraktivität. Wenn man älter wird, spielen Stärke und Selbstbewusstsein, dass man ausstrahlt, eine größere Rolle. Nicht die Straffheit der Haut, macht sie in diesem Zusammenhang deutlich. Mit ihrem eigenen Print-Magazin Birgit Lust auf mehr richtet sich die 60-Jährige an Frauen ab 50 und widmet sich ganz ausführlich dem Thema reife Liebe. Für Gefühle gibt es schließlich kein Rentenalter. Anliegen ist es, gleichgesinnten Mut zu machen, wissen Sie, meine Generation ist so erzogen worden, man nimmt sich zurück, man ist bescheiden, man lässt anderen den Vortritt. Ich möchte mit dem Magazin Frauen stärken. Ich möchte mit dem Magazin Frauen entspricht, man kann nicht ab 100% ansehen, man nimmt sich auf einen Punkt, man nimmt mannt. Töechen Frauen singen! Töechen Frauen zu entspricht, man Döechen Frauen zu entspricht, man nimmt man ein Problem, man nimmt man in die Kobe. Ich möchte nicht, dass dies different sind. Ich möchte jetzt immer noch eine Resilung aus.